Mann, das geht ja momentan Schlag auf Schlag bei Teufel mit neuen Produkten. Kaum habe ich euch die neuen True Wireless Kopfhörer von Teufel vorgestellt, da sind auch schon die nächsten Teile am Start. The Real Blue und Real Blue NC bekommen Nachfolger und die kommen nicht nur mit neuen Farben, also ab zum Probehören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und da sind sie, die neuen Teufel Real Blue. Genau wie beim Vorgänger handelt es sich um Over-Ear Kopfhörer, die sowohl ohne als auch mit aktiver Geräuschunterdrückung erhältlich sind. Preislich starten sie bei 169 Euro, für das NC-Modell werden 229 Euro fällig. Ich habe beide Versionen hier und auch alle drei Farben, die nun zur Verfügung stehen. Neben der klassischen schwarzen Variante gibt es nun auch neu Blau und Weiß. Die beiden Farben kommen richtig gut auf dem Real Blue, wobei mir Blau hier passend zum Namen besonders gut gefällt mit den schwarzen Applikationen. Ob nun mit oder ohne ANC, laut Teufel soll es außer der aktiven Geräuschunterdrückung keine weiteren Unterschiede bei den Modellen geben. Braucht man diese Funktion also nicht, kann man Kohle sparen. Am Design hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Die Kopfhörer wirken frisch und modern und fühlen sich im Vergleich zum Vorgänger auch wesentlich hochwertiger an. Was ebenfalls auffällt, sind die etwas größeren Hörmuscheln, die den Ohren jetzt auch innen mehr Platz bieten, aber auch wesentlich angenehmer sitzen. Sie sind mit Kunstleder bezogen und super weich gepolstert, da drückt auch nach Stunden bei mir nichts am Kopf. Allgemein ist der Tragekomfort super und man spürt die Kopfhörer wenig am Kopf, da sie mit rund 280 Gramm auch recht leicht sind. Trotzdem sitzen sie auch bei Bewegung fest genug und verrutschen bei mir nicht. Besonders gelungen finde ich die neue Steuerung, denn Teufel verabschiedet sich von den Touchflächen auf den Hörmuscheln und bringt ebenso wie beim Supreme On einen Joystick für die Musik- und Lautstärkensteuerung. Danach will man echt auf keine andere Steuerung mehr zurück, das ist schon genial. Da man auch Sprachassistenten starten und Telefonate direkt am Kopfhörer annehmen kann, bleibt das Smartphone entspannt in der Tasche. Befeuert werden können die Kopfhörer entweder direkt per Bluetooth 5.0 und APTX sowie AAC-Unterstützung oder auch per Kabel. Dabei können sie sowohl passiv als auch aktiv betrieben werden. Ein Kabel gibt es im Lieferumfang mit Fernbedienung und passend in der jeweiligen Farbe. Für den klanglichen Vortrieb sorgen hier 40mm große Treiber mit Aluminium-Schwingspule und einer belüfteten Rückraumkammer. Viel technisches Blabla, vereinfacht ausgedrückt, sie sollen präzise und offen klingen und das auch bei hohen Pegeln ohne Verzerrung. Und genau das ist Teufel auch gelungen. Die Real Blue klingt verdammt gut und das natürlich auch mit dem Teufel-typischen Bass. Der ist im Klangbild bereits in der Werksabstimmung sehr präsent und druckvoll, aber ohne das restliche Klangbild zu unterwerfen. Wenn Titel ordentlich Bass haben, dann liefern die Kopfhörer den beachtlich ab. Aber auch im Mitten- und Höhenbereich liefern die Kopfhörer ab und können mit einer sehr natürlichen Stimmenwiedergabe punkten. Im Gesamtpaket gefällt mir der Klang richtig gut und macht einfach Spaß beim Hören. Im Vergleich zum Vorgänger ist das klanglich nun ein anderes Level und wirkt viel offener, detailvoller und auch druckvoller in der Wiedergabe. Auch bei der aktiven Geräuschunterdrückung hat sich einiges getan. Geräusche werden nun effektiver unterdrückt und man bekommt spürbar mehr Ruhe. Ein minimales Rauschen ist ohne Musik zwar hörbar, sobald die Wiedergabe startet, hört man davon aber nichts mehr. Der Transparenzmodus hingegen könnte etwas mehr Power vertragen und Außengeräusche besser hörbar machen, das war mir etwas zu wenig. Aber das könnte durch Teufel als Software-Update nachgeliefert werden, denn die RealBlue verfügen über eine komplette App-Anbindung. Neben einigen Einstellungen und eben der angesprochenen Update-Funktion gibt es auch die Möglichkeit der Klanganpassung mittels EQ. Es gibt einige Presets, aber auch eigene Einstellungen sind hier möglich. So kann der ohnehin schon starke Bass nochmal gepusht werden, für alle die eben maximalen Druck wollen. Stark auftrumpfen können die RealBlue auch mit der Akkulaufzeit. Bei mittlerer Lautstärke sind 55 Stunden ohne ANC und immer noch 41 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung möglich. Auch wenn man bei maximaler Lautstärke vielleicht noch die ein oder andere Stunde abziehen muss, ist das eine sehr gute Laufzeit. Aufgeladen wird dann per USB-C. Cooles Feature ist auch die Xiaomi-Funktion, bei der zwei Kopfhörer mit einer Quelle verbunden werden und man dann so zum Beispiel einen Netflix-Film auf dem Notebook oder so gucken kann. Die Lautstärke können beide dabei separat pegeln. Lasst uns auch noch kurz bei der Sprachqualität der verbauten Mikros reinhören und da überraschen mich die RealBlue nochmal auf ganzer Linie. Wie gut klingen die bitte? Sprache wird hervorragend wiedergegeben und auch ich werde sehr gut verstanden. Die Sprachqualität gehört für kabellose Kopfhörer auf jeden Fall mit in den oberen Bereich. Fazit. Teufel bringt mit den neuen RealBlue einen gelungenen Nachfolger auf den Markt, der in Sachen Klang nun einiges mehr drauf hat und rundherum hochwertiger ist. Zwei Kritikpunkte wären für mich eine fehlende Trageerkennung und der etwas zu leise Transparenzmodus, ansonsten ist das Paket schon wirklich gut. Momentan könnt ihr im Early Bird noch 20 Euro beim RealBlue und 30 Euro beim RealBlue NC sparen. Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich hoffe euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, lasst doch gerne etwas Support in Form eines Abos da. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios! I'll put your clothes I'm making you To me I just need some cool I need some cool I'm making you I'm making you